Es schien, als hätt ich was verloren, so was wie das Gefühl, vollständig und ganz zu sein. Ja, es schien, als hätt ich Trennung gewonnen, indem ich auf dem Weg war, die wichtigste getrennte Person im Universum zu werden. Es schien, als hätt ich was verloren, das war ich und ganz halt hat sich auserkoren, ein Spiel mit Ohren zu spielen. Ja, es schien, als hätt ich die ganze Zeit verloren, als hätt ich mich als wichtigste getrennte Person in diesem Weltenspiel auserkoren. Doch ich merke, nichts hab ich dafür getan.